die 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 und zu einen Video hier auf meinem Kanal Akai und Robin Walker haben zusammen einen Edge-Rack gedroppt und zwar lass es sein Leute ja ich weiß ich bin sehr spät dran äh ich bin ne Woche zu spät mit den Reactions gerade weil ich nehm die gerade alle nach und nach auf also alle jetzt gerade am Freitag im 13.9. und es ist ungelogen gerade 10 vor 5 morgens ich bin seit 50 Minuten wach ja ich habe wirklich keine Hobbits aber Leute wir schnappen durch Akai und Robin Woke Up lass es sein und ja starten wir rein ne let's go Choota wir вс machen tức 2 SAG 3 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.